Seit über 75 Jahren vertrauen die Kunden ihre Fahrzeuge dem Autohaus Hölzer in Bad Königshofen an. Das Autohaus Hölzer ist eine Volkswagen-Vertragswerkstatt. Umfassende Dienstleistungen in allen Bereichen, das heißt seriöse Werkstattleistungen auf hohem Niveau zu fairen Preisen mit einem großen Angebot an Neuwagen der Marke Volkswagen sowie mit einer qualitativen Auswahl an Gebrauchtwagen zeigt das Autohaus Hölzer die Leistungsstärke eines modernen Autohauses. Im Servicecenter stehen die Mitarbeiter für alle anfallenden Servicearbeiten zur Verfügung. Im Ersatzteillager sind Originalteile und Zubehör vorhanden, ebenso auch das Karosserie- und Lackzentrum führt alle Arbeiten gewissenhaft aus. Individuelle Wünsche zu erfüllen, ihnen ein angenehmes Gefühl in unserem Haus zu vermitteln, ist unser Ziel. Auch bieten wir einen Rundum-Full-Service an, welcher unseren Kunden die Sicherheit gibt, durch das Autohaus Hölzer immer mobil zu sein. Besuchen Sie uns doch mal im Autohaus Hölzer in Bad Königshofen. Wir freuen uns auf Sie, Ihre VW-Vertrags- und Audi-Service-Werkstatt.